So war schwarz hier. Willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Heißt du noch? Sickwick Mr. Sick. Ja, weil ich hier schrotze, also. Ja, weil ich wieder dahin. So, zurück. Lachter Nazi. Ah ja. Zu Mine. Minecraft. So, hier kommt mein Käfig rein. Oh, jetzt brauchst du noch Kohle. Kohlen der Barbar. So. Kohlen, nicht Kohlen. Da los schon wieder. Ach so, hast du hier zu diesem Bild hier gesagt, dass der den Creeper umarmt? Für das, was hier im Bumszimmer ist? Warte mal, lass ich mal gucken. Nee, das ist es nicht. Wo hab ich denn das gesehen? Das hier finde ich geil. Hast du jetzt auch gerade dieses anderes? Ich hab Specs jetzt immer drin, ja. Siehst du ja auch diesen Typen, der hier gegen die fightet? Ja, voll geil, oder? Geil, oder? Das ist echt, ich meine, eine übelst geile Zeichnung. Überhaupt, so sieht das ziemlich nice. Auch der Garst hier. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, zu dem Ding hier, ich würde hier Geld bezahlen für so ein Bild, ne? Ja. Würde ich mir auch hinhängen. Der Garst sieht auch, weißt du, wie der Garst aussieht? Wie? Wie hier das Brain for Ninja Turtles. Ja, genau. Bestimmt daran gedacht, heimlich. Beim erstellen. Ne, find ich geil. Die Bilder würd' ich wirklich gern auch, ich würde sogar hinhängen, glaub ich. Ja, ich glaub ich, aber ich würd's machen, definitiv. Bisschen nerdig vielleicht? In so'n, so'n, so'n Zeichenstil, total geil. Ich brauche mehr schwarzen Teppich. Wie hängt man so'n Zeichenstil eigentlich? Das musst du jetzt nur fragen. Rick? Ich hab das TP nicht drin. Achso, stimmt. Ja, stimmt. Kann ich nicht sagen, ich kann nicht sehen, was ihr seht. Ne, ich sag mal, ich find's grad irgendwie. Ich mag ja auch das andere TP sehr, aber das Speck mag ich auch und das macht halt kleinere Dateien. Ja, das ist wirklich nicht unerheblich, ne? Also, das sind glaub ich 10 Gigabyte bis zu 10 Gigabyte Unterschied pro Video, ne? Mehr, mehr. Mehr sogar. Ja. 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 Gucken wir mal rein. Was wollte ich? Ach, Teppich. Was baut ihr jetzt? Ich baue jetzt noch den Käfig fertig und dann, äh, sind wir auch fertig. Mhm. Mit Holger schon wieder? Ne, mit dem Rathaus. Achso. Mit dem Raid House. Raid House. Dann haben wir ja mal das Riesenprojekt, äh, einen Haken dran, wa? Jungs, was machen wir dann? Dann hat unser Leben keinen Sinn mehr. Ne, ich wollte dann ja doch... Boah, dann geht's ja. Alter, hier sieht ja alles ganz anders aus, ey. Ja. Bei 1.1 muss ich den TP lassen. Die Fackeln sind irgendwie, die haben so... Die finde ich mega geil. Ja, die sehen cool aus. Ist generell, ich komme ja mit dem Chrome or Hiltz überhaupt nicht klar. Das ist mir... So, für welches Bild würdet ihr Geld bezahlen? Warte, ich zeig's dir. Muss ich erst noch runterkommen. Komm mal runter. Komm mal runter. Komm mal runter. Ja, das such ich auch gerade. Äh, wo hab ich denn das hingesetzt? Warte, ich such's mal. Wo hab ich denn vor uns noch gemäht? Eigentlich nur unten hab ich gemäht. Bist du in den Keller? Ich komm gerade runter. Ich bin jetzt hier in der Kuschelnische hier, bei den Betten. So, wo hab ich überall die gemähtigen Sitzen? Muss ja irgendwo hier sein. Hier, für das da. Das würdest du Geld bezahlen? Ja. Ich finde das richtig geil, wenn du dir mal die Fresse anguckst von dem Creeper. Okay, ich seh was anderes. Okay. Was für ein Creeper? Ich seh hier ein... Hast du Specs drin? Ja. Welche Version hast du drin? Die allerneuste. Sicher? Ja. Warte, ich kann's ja mal testen hier an dieser Rüstung. Wie sieht die bei mir aus? Ja, 184. 187, oder? Warte, wie seh ich das, wenn ich hier in die Option gucke? Ja, Ressourcenpakete. Reingucken. Ich hab das Vanilla BDCraft. Ja, das Vanilla hast du. V1.8. Ja, ja. Okay, da liegt der Fehler. Was hast du? Du brauchst das Pure BDCraft. Nicht das Vanilla, sondern das Pure. Okay, ich stehe das Falsche runter. Das Vanilla ist das Falsche. Weiß mal rüber. So. Ähm. Cool. Nee, das gibt's bestimmt irgendein dummes, oder? Nee, das war doch deins, oder? Ich hab ja mein Dildo. Äh. Das drück ich für ihn. Ja, nee, das stimmt schon. Nee. Nee. Ja, nee, bei dem Pure siehst du das dann. Achso, guck mal, Rick willst du mal mitkommen? Jo, das hab ich noch gar nicht gesehen. Aber das wird jetzt auch nicht abgenommen. Der hier oben hab ich das mal auch hier ausgekleidet. Mit Caps. Das war vorher nicht? Nee, was? Nicht. Mit diesen Dungs? Nö. Boah, Alter, das ist natürlich so übelst finsterer, wenn du hier runter kommst. Ja, ist doch geil. Ich feiere das grad sehr. Soulcent. Boah, das wabert, ey. Dafür ist das TP echt geil. Das ist nämlich geil. Finde ich nicht auch. Aber ich hätte die Wände damit gemacht, weißt du? Hab ich auch überlegt, aber so viel Soulcent hatten wir nicht. Na, wir können da welchen holen gehen. Boah, ja, ich hab jetzt keine Lust. Ach, ich brauch Pfeile. Achso, jetzt steh ich noch ein paar Rüstungen rein. So hier, Lederrüstungen, dann sind wir durch hier mit dem SM-Keller. Hm, SM-Keller. Na, ich baue ja hier noch, äh, Technik. Boah. Boah. Was denn? Was denn? Ich musste mich grad irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich musste mich grad an das letzte DTM-Rennen erinnern, was ich im Faxer schon erzählt hab mit dem. Na, wurde ich gefakt, äh, genau. Ja, das hab ich euch schon erzählt. Ja. Ach, ist schon heftig, ey. Das, was ich auch cool finde, ist, dass die tatsächlich jetzt so untersuchen, das ganze ganze Team da auszuschließen. Mhm. Ja, irgendwo auch zu Recht, ne, wenn der so abgekoppelt ist, dann finde ich schon ziemlich asozial irgendwie. Ist richtig, richtig scheiße. Haben wir Leder? Ganz kurz zu erklären. Am Wochenende, dieses Wochenende gab's ein DTM-Rennen, bla bla. Und kurz vor Ende des Rennen hat, ähm, also bei der DTM ist es so, dass drei Werksmannschaften antreten, BMW, Mercedes und Audi. Und die zwar alle ein verschiedenes Team haben, aber letztendlich guckt immer, guckt nur drauf, dass halt immer ein Werksteam so gut wie möglich da steht. Und Mercedes führt grad und Audi wollte halt führen, beziehungsweise hätte besser führen können, wenn zwei gewisse Fahrer nicht ins Ziel kommen wären. Und somit hat die Kommandoleitung von Mercedes gesagt, schieb mal die zwei Audis raus. So, und da ist halt grad, das ist halt passiert und da gab's halt das. Ja, es ist einfach unsportliches Verhalten. Punkt. Es ist ein soziales Verhalten. Wir müssen dazu nicht sagen. Echt strange, wenn man so eine Scheiße macht. Also es gab bis jetzt ja, ähm, einige Fehlentscheidungen, was auch hier als Schumi noch Formel 1 gefahren ist. Der hat ja auch, sag ich mal, viele Siege oder viele Titel geholt, wo man sich denkt, naja. Das ist einer der Gründe, warum ich auch nie so richtig warm wurde mit Schumacher, wenn ich ehrlich bin. Und, ähm, und dann geht's halt die TM wieder. Also, das heißt wieder, das erste Mal. Aber trotzdem halt, wie du krankst. Ja, irgendwas ist eben immer, ne? Ja. Man wär ja auch langweilig, finde ich. Und schlimm finde ich eher, dass die Verantwortlichen, die sich jetzt so hinstellen, sagen, so nach der Art, naja, es ist ja jetzt hier nicht so schlimm, was regt denn ihr euch alle auf? Ja, ja. 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 Ja, genau. Ja. 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 Tja. Ja, oder? Ja. Ja. Ja, oder? Ja, oder? Sie nimmt den Smiley in den Mund Alter, kann die irgendwie so hassen Dich Ja Unten ist Slap Oben Also der Ständer jetzt Ja Und den Slap Ich muss dem Fex da wieder helfen, den Ständer zu bekommen Ja, hilf mir Unten Slap Unten in der Mitte ein Slap Rechts und links davon ein Stick Ja Über dem Slap ein Stick Ja Und ganz oben drei für quer Ja, hab ich Funktioniert das? Nö Dann versuch mal Die beiden unteren Sticks nach oben zu schieben Oder die beiden oberen nach unten, die außen sind, weißt du? Geht das? Oh, sorry Geht das? Nö Hä? Mann Ich muss doch gucken kaum, wie das geht Was hast du denn für ein Slap? Schwarz Reichenholz Stein Stufe, bitte Cleanstone Slap Cleanstone Slap Steinziegel hab ich, ja Nein, geht auch nicht Cleanstone Slap Was in der Kiste für Cleanstone hast du Cleanstone? Und dann machst du den nächsten Mal drei Cleanstones unten rein, dann hast du so ein Slap Beziehungsweise sechs, glaub ich sogar Die sind aber aus Holz, oder nicht? Der Fuß unten nicht? Nee, der ist aus Stein Dann musst du's doch sagen Na, das siehst du doch, wenn du das Ding anguckst Ich guck das doch nicht an! Tu denn nicht Wär doch nicht so aggressiv Genau Ich bin ja so aggressiv! Ach nee Gar nicht Cleanstone Cleanstone Hier sind auch schon Cleanstones Geil So, zack Und jetzt klappt das hier Sonst Jawoll Katja schreibt zurück Was? Wer sagt das? Wer hat das gesagt? Kann ich sagen, der Fexer Was? Hab ich gar nicht Natürlich Ich hab das nicht gesagt Was? Ich hab das nicht gesagt Wir haben es auf der Aufnahme Ich hab das aber überhaupt nicht gesagt Glück nicht Natürlich Ich hab es nicht gesagt Doch, hast du Nein Doch Lolle Wann hab ich das gesagt? Spiel zurück Schwul zurück Geht das wieder los Der Nazi, ey Geht das wieder los, Fexer Eskaliert schon wieder Es eskaliert Ja Ja, aber wisst ihr Woran der wieder denkt, weißt du Wie er das mit Absicht gesagt hat Woran der wieder denkt, der Junge Ja Das ist echt ein Nazi-Hurensohn Wenn ihr mit eurem Nazi-Scheiß am Anfang Jawoll Ne, hört mal auf, das ist nicht lustig Hast du gemerkt, dass keiner lacht, wahr? Ne, das ist nicht lustig, Rick Irgendwann muss ich immer zusammenreißen Du bist immer hier in der Öffentlichkeit Da kannst du nicht mal mit so hohen Kommentaren kommen Leute könnten das vielleicht Bisschen falsch verstehen Und dann guckst du ganz blöd aus deiner Reche Ich hab ja keine Kommentare gegeben Rick, reiß dich zusammen Die hast du ja gegeben Reiß dich zusammen Möchte ich damit sagen Wer hat denn von uns hier das Hitlerbärtchen? Und das I love Pegida-Shirt? Legida Ah ne, sie ist ja nicht I love, sie ist ja I like Ein Herz für Legida Siehst du, ihr wisst sogar, dass es sowas gibt Äh, gibt's nicht Ich glaube auch nicht, dass es erlaubt wäre Wir haben ja mal versucht, über Spreadshirt sowas zu machen Echt? Ernsthaft? Ja, ja, und da hat Spreadshirt dann so etwas geantwortet So von wegen hier Na gut, bei Spreadshirt kann ja jeder seine T-Shirts designen, ne? Ja, ja, na klar Aber da haben sie halt strict Das haben sie strict abgelehnt Und das fand ich ziemlich cool Ja, logisch Was ist das für eine Frage? Was heißt denn hier, na logisch? Na, warum sollten die so eine Scheiße noch unterstützen? Dann fällt das vielleicht noch unter Meinungsfreiheit, weißt du? Ja, so Zensur und sowas Ja, so ich hab ja noch ein bisschen seltsam Den würd ich gerne aufstellen Hier unten irgendwie Aufschlussend spiel Wohl, komm her, da sind die Noch so reinziehen Hm, 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 hm Ja, ich weiß gar nicht mehr Jetzt bloß nicht, lassciu Wir haben diese Du Ärger Geil. Dacht er. Und meint es so. Das ist geil. Boah, das ist recht geil. Müssen wir erstmal reinziehen dann. Solange es nicht wieder so ein rechtsradikaler Quatsch ist, dann... Jetzt hör doch mal auf mit dem Mist, Alter. Achja. Cool. Habe ich noch einen schwarzen Teppich übrig? Du hast ja letztens sehr, sehr gefeiert, als du die Trailer gesehen hast von... Also die Teaser von Er ist wieder da. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir dieses Video mal gezeigt habe von der Demo, wo der sich auf seine Rolle vorbereitet hat. Nee, hast du nicht? Krass. Und der Demo, wo der sich auf seine Rolle vorbereitet hat? Ja, da hat er sich... Das war so eine Nazi-Demo halt. Ja. Und er hat sich da hingestellt, auf dem Balkon, dort wo die Nazis langgegangen sind halt. Aber auch mit Kutte, Hitlerbärchen und das ganze drum herum halt. Doch, doch. Und hat volle Lutsche über die Nazis halt gelästet. So voll... Mit Mikrofon, glaube ich, auch noch so. So gelachthaft und was Gottes für einen Scheiß. Und da hat er sich halt auf seine Rolle drauf vorbereitet. Das fand ich ziemlich cool. Ich hab ganz schön gelacht und die dummen Nazis haben halt nicht schlecht aus der Welche geguckt. Geil. Und die haben dann geglaubt, das war ihr Führer, der sie hier runter schimpft oder... Ja, ich... Keine Ahnung, was sie geglaubt haben. Die wurden nicht interviewt. Aber ich glaube, die sind da teilweise drauf eingegangen. Nach der Art, ah, hier, äh, cool. Weil da eh nichts Sinnvolles bei rauskommt. Rick, bist du grad hier und hast noch Klassscherben? Jo. 12 hellgraue, 12 dunkelgraue. Danke. No problem, Junge. Hellgrau. Ne, das hab ich nicht gesehen. Ne, ich fand das Buch schon ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Du hast das Buch doch gar nicht gelesen, du hast ein Hörbuch gehört. Oder? Ja, ich hab das Hörbuch gehört, ja. Aber das ist ja trotzdem das Buch gewesen, was vorgelesen wurde. Es stimmt. Und das fand ich schon ziemlich cool, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Bei den Christoph Maria Herbst hat das ja mit sich rübergebracht. Kathi droht mir schon mit Schlägen. Oh, das passt ja prima, sag mal geil. 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 So, SM-Keller ist, ja, ist fertig. Vielleicht noch Beleuchtung kurz. Nochmal ein, zwei Fackeln so. Ich hab ja jedenfalls bei den Teasern halt auch ein bisschen gefeiert, so. Ähm. Na wie da ist dann, na wie ich. Ja. Dann nennst du mich Reichskanzler? Nee, Reichspartei, Reichs. Die Reichskanzlei. Ach, da hab ich mich auch immer gern aufgehalten. Ja. Also wirklich auch gut gemacht. Und der Seite sieht ja auch ein bisschen ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich hätte mir trotzdem, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, Christoph Maria Herbst für diese Wolle gewünscht. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Das war ein bisschen ärgerlich. Der ist da einfach wie für gemacht, ne? Ja. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, warum die den nicht genommen haben. Na, ich nehme an, er wollte nicht. Kann ich mir auch vorstellen, sonst ist der wieder in dem Ding drinne so. Ja. Der kriegt das einfach nicht los, weißt du? Na, aber sei denn ein Wichser? Nö, wohl, nö. Eigentlich ist er eher der Stromberg, eigentlich eher. Ja, na, aber selbst für Stromberg wollte er ja schon nicht mehr, ey. Der hat eine Morddrohung bekommen, weil die Leute gedacht haben, der ist Stromberg. Die dachten, Stromberg ist eine echte Person. Ernsthaft? Ja. Wurde er auf der Straße angesprochen. Er hatte... Nein, ernsthaft? Er hat am Anfang gesagt, das ist die größte Auszeichnung, die ein Schauspieler kriegen kann. Weißt du, dass die Leute nicht schnallen, dass das nicht echt ist. Ja. Aber er hat gesagt, irgendwann hört der Spaß halt auf, wenn du eine Morddrohung kriegst. Ach, ohne Scheiß? Ja, weil die gedacht haben, Bernd Stromberg existiert wirklich und das ist wirklich ein vollfeindlicher. Aber wie hoch kann man denn bitte schon sein? Ja, gibt's doch genug davon. Na, weil's auch so, weil's halt auch so realitätmäßig gemacht ist auch einfach. Ja, es ist ja wie so eine Reportage, der wird ja vom Kamerateam geteilt. Und die Leute, die dann viel Berlin Tag und Nacht gucken oder was, die, die kamen dann nicht zurecht, dass es... Alter, wie... Die denken ja auch, Berlin Tag und Nacht ist echt. Wie dämlich kann man denn bitte schon sein? Ich verstehe das mal nicht, also das ist echt so wieder so ein Ding, das Rappen. Ich verstehe das auch nicht. Wie kann's Menschen geben, die so blöd sein können? Die das glauben? Ja... Und dann, das sind wahrscheinlich auch die Leute, die dann Lügenpresse schreien oder sowas. Ich hab keine Ahnung mehr. Das sind auch dann die Leute, die NPD wählen. Na jetzt, also jetzt, äh... Nein, ich frag mich auch noch, ob ihr... Nee, aber du willst, was ich meine. Weißt du, das check ich halt nicht. Ich check halt nicht... Da gibt's auch von Rute, der hat halt zum Beispiel auch eine ganz geile... Ähm, so ein Zeichentrick halt gemacht, so eine Animation. Ähm, wo es halt auch hier um die Lügenpresse geht, weißt du? Ja. Ähm, wo dann halt auch hier, ähm... Exemplarisch sozusagen, äh, die Eisbären ziehen, die... Wir ziehen neben das Pinguingehege ein, so. Oder ne, so hat sich neben dieses Erdmännchengehege. Und dann halt so volle Lutsche drauf abgehen, so nach der Art hier. Sie fühlen sich halt bedroht und... Und egal, was gesagt worden ist, wurde dann halt immer wieder Lügenpresse geschrien. Ja. Und, ähm, und das ist halt genau das Gleiche halt. Die Leute setzen sich halt nicht damit auseinander, ähm, mit dem, was halt wirklich gesagt worden ist, oder... Was wirklich irgendwo steht, sondern einer kaut was vor und die anderen plappern es nach. Genau. So, ich halt... Finde ich krass. Und wie kann man sich denn da nicht hinstellen? Oder wie kann man sich denn nicht... Nicht mal hinsetzen und mal fünf Minuten darüber recherchieren, ob Stromberg echt ist? Wie kann man denn davon ausgehen, dass das... Das, 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 das check ich nicht. Wie holt kann man sein? Das war die Aggression im... Am Start hier. Ja, weil das einfach so doof ist, aber vor allem... Ja, weil's dem nicht ist. Man kannte ja auch vor Stromberg schon Christoph Maria Herbst als Komiker. Ja, aber nicht als Bernd Stromberg. Na, aber... Egal, brauchen wir uns nicht drauf aufzuregen. Die Folge ist zu Ende. Jetzt wurden wir noch ein paar Sachen angesprochen, die für viel Hate sorgen können. B-b-bitte, liebe Zuschauer, zeigt mir, dass ihr intelligent seid. Und ja... Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Guten Nacht. Tschüss. Nicht die NPD wählen. Ne. Tschüss. T Ham experiment. Vollão auch. Z hive黎喔. T突然 moving on. Trine mismo. Mts Chat. T D Demonstra 김. Posso Rosam. Dedy. D D J Ey Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.